Alter, schwarze Ding ist ja geil. Ey, so ein schwarzes Schiff, ne? Machst du dir einfach die Black Pearl oder was? Boah. Ich hab welche gesehen, die hatten sogar, äh, so'n, so'n, äh, boah, wie heißt das? Segel gab, was total die Löcher hatte, wie bei der Black Pearl. Ich guck's nicht so gut, gehäumt. Aber das war, äh, schon ein, ein, ich glaub, wie hießen die? Legendärer Pirat, oder wie die heißen, wenn so Spindersachen schon anhand haben. Welche eigentlich? Hm. Kriegen ja schon höhere, also ich bin beim Schiff. Soll das ja schon möglich sein, dass man sein Schiff, äh, individualisieren darf? Okay. Ah, hier, nur die, die, die... Geht's in Fahrtflugschlag. Ach, komm, da machen wir erst mal was, erst mal was Einfaches. Ich muss erst mal das Schiff kennenlernen. Okay, okay, okay. Schiffwolke, seit wann gibt's ne Schiffwolke? Die ist auch neu, die kenn ich auch noch nicht, ey. Wo war denn der, die Highwolke? Äh, äh, äh. Äh, äh. Oh ne, ist klar, ein Schlafplatz. Was weiß ich denn eigentlich? Hm? Ah, okay, hier, hier, hier machen wir das, okay. Wo, wo ist eigentlich die, ah, okay, hier ist die Karte. Och, du Scheiße. Kann man hier oben hier reingucken, okay. Äh, hat sich da was verändert? Ne, nicht so. Oh, du könntest nachher suchen, wenn wir fertig haben. Hm, 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 hm. Ich kann nicht weiter rauszoomen. Oh. Da ist der Anker. Gibt's irgendeinen Penner, der, der auf Krieg aus ist? Sich zeigt? Gibt's ja diese komische Flagge, dann siehst du ja den, ne? Ja, stimmt, sollst du ja sehen, oder? Boah, ich glaub, das macht gar keiner. Das wär etwas zu heftig, ey. Ja, da kommen sie ja alle, dann, ey, da hast du dann richtig Arschkarte. Geh mal nach unten, Polly und, äh, mach mal hier, klicky, klicky, komm mit. Hast du gesehen, wo ich war? Hier, genau. Klicky. Unter Treppe und dann hier, Deutsch hinwerfen. Äh, soll ich hinwerfen? Ne Waffe nehmen. Ah, hinwerfen, dein Deutsch. Genau, dann. Ich will auch mal ein Deutsch dahinwerfen. Hallo, zu spät. Ich werd hier geilen, einbezogen. Ja, ist klar. Ein neues Abenteuer. So, dann. Abbruch der Fahrtstimme. Ja, da bin ich bald. Adi, dann darfst du jetzt die, äh, Inseln beide suchen. Also, auf welche Taste war das? RB. RB? Darfst du sie suchen und mir sagen, wo ich hinsegeln soll. Ah, ah, Potsch. Ich drücke RB, da passiert nichts. Wir drücken, halten. Geschossen. Er sagt das doch. R, 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 B. Ich will die Treppe hochklettern und falle aber wieder da unten ein. Das ist normal. Nein, das ist die nicht. Ich muss den nochmal durchs Fernglas gucken. Da ist ein Schiff, ein gesunkener Schiff. Das ist wie ein Vögel. Näh. Ist sie gleich doch? Nein, du sollst sie dir angucken, Bananen. Ja, ist... Wie kann man denn jetzt, äh, unscrollen hier, dass man näher sieht? Wenn man durchs Fernglas guckt. Oder kann man das gern... Ja, schönen guten Schiff. Nö, zoomen. Ja, ist das Special-Dinner? Du willst durch das Fernglas zoomen? Können wir nicht zu diesem guten Schiff da hinten? Was war das denn jetzt? Ein bisschen als Schlag? Ich glaube, es gibt Ferngläser, wo man zoomen kann, glaube ich ja. Sieht man die doch weiter nach hin, oder nicht? schiff ja ich finde die scheiß inseln gtz ziehe ich das nicht wissen nicht da wo ich jetzt in guck ziehen guck da ein da ist gar nichts bei mir ich hab so ach doch aber jetzt ist ja gut dann ja ich hab schon mal ein segel runter geknallt das war zu tief sehe ich nix markieren sagen aber da musst du mir mal sagen jetzt erst mal das schiff so zum schiff ja ich erst mal zum schiff holi sagst du mir bescheid wenn wir ungefähr draußen weil ich sehe es gott hier von schriftlich aus aber jetzt gut sein ich glaube ich ich stopp ja bin ich doch extra das war doch nicht fragt dass ein anderes schiff dann ehrlich jetzt ja ja jona jona da ist auch bei denen einmal auch für aber auch für ein das kann sein dass sie da nur hin wollten und mit glück haben ist es nicht zwei master erhaltssache er lässt uns in ruhe uns an neue neue ankündigen hier immer wieder was mit den wolken haben die geil gemacht acht bedeutet dass es um diese diese dieser sind unterwegs weiß ich nicht kann sein kann ich sein ich habe keine ahnung ich habe so lange nicht mehr gezockt er wusste in die vögel jetzt weiter weiter so ja dann die welt müssen wir mal hier noch ein sägel runter knallen bisschen radwind aufziehen kann man ein heißen ja landraten bei welchem heim meinst du weißt du nicht den megalodon oder bei dem musste man sonst was machen ja das war zu zu gut kloppt wenn man allein unterwegs war muss man glück haben jetzt sehe ich es da links vorne ist es kann es sein ja ein bisschen links kannst du da hinten okay ich stehe mal bescheid ja ja das dauert ja noch mach mal den anderen sägel runter also beide sind schon unten sind beide beide sind unten hab ich gerade beide runter geknallt haben wir halt nur nicht viel fahrtwind haben wir gegen wind oder was ah scheiße halbwegs so ne das schiff noch die sind weg ja dann sind sie zu dem anderen weil da waren ja auch vögel stimmt rammeln sind aber ganz nah bei uns ich gehe mal nach oben da oben ist eine flagge oben hinhängt nein auch nicht gewisse flaggen kannst du hinhängen da passiert nichts ja gut dann nehme ich diese eine wo alle uns sehen können ich will nicht sterben stück mir leidig da habe ich mich alle das spieler im pc abzocken was wäre es ist sehr brutal es kommt langsam ist kommt langsam müssen irgendwas ziehen drücken oh es sieht so geil aus hier oben naja ich muss gleich den anker werfen oder du da stehst du ja da vorne wenn wir ziemlich nahe sind kannst du den anker anknall hierher sich die regnungen flagge nehmen ja schon bis zum nächsten naja der an sagst du mir bescheid wenn ich den anker werfen soll ja ja ich sagte ja ein bisschen näher ran ein bisschen näher das werde von der spieler gegen jahle oh ich bin überhaupt zu weit weg ja ran aber fahr mal ein bisschen nach links genau hat dabei aber sie schmeißt ja gleich den anker nicht dass das schiff sich dreht und jetzt siehst du gleich haie ja ich und ich gucke kommen gleich weil ich bin ja im wasser da ist dann der schatztroh schönes kapitänz wo schwimmt er nicht nur an die sklau ich hasse wissen oh und ein schädel sofort hier oben ja gut dann lasse ich die trug schon mal hochknöppeln und nehme den schädel nochmal mit oh ist das eine geile tue richtig oh ein richtig oh alter richtig teurer schädel auch noch läuft ich glaube wir müssen das sofort weg ist die cool nein da ist hi ich kann mal nicht schießen ich kann mal nicht schießen ich kann mal nicht schießen ich habe gar keine munition du hast doch mal nicht schon beide wo ist denn mal nicht was auch unten nachladen ähm wenn ich dir was jetzt ähm äh 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 ich hab nur das Messer äh kajute ist ach so da im bett äh gut dann packe ich den schädel da auf nein nicht ja unglücker gar keine Waffe nach land äh lb lb auf warte mal ach y einfach y lb ach ok wo sind sie denn wo sind sie denn da also nicht so läuft mh 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 war da noch was ja ich gucke ja ich gucke ob da noch was vergessen chefs kajüte ist auch unter wasser es könnte sein dass da was ist das unter wasser ist man schon was drin ne also ich war ganz unten war ich noch nicht so viel drin also kann sein dass ganz unten was ist ja ich habe einen schädel gefunden verdorben sind einfach müssen wir den wegbringen die sachen ja können wir machen dann brauchen wir keine angst doch ein paar kugeln die wir mitnehmen können brauchen wir keine angst haben dass wir angegriffen werden auf jeden fall falls wir dann angegriffen werden und versenkt werden dann ist das nicht so schlimm das war das was ach ja kannst du den Anker schon mal hochheben wieder was oh ich in die falsche andere richtung dumm boah ist der geil ganz geil ganz geil da ist die Gakosch ist ja mega geil so wo sind wir denn da sind ist er wieder zurück aber müssen wir nach Süden Guck mal nach ob da wenn wir zur Insel Insel fahren ob da schon irgendwie was erstmal zum Außenposten ja ob da wir müssen ja Richtung Süden zur Insel ob da so zwischen nach Süden runter schon irgendwie in der Insel ist ja direkt da wo wir gerade waren der gleiche Außenposten dann passt das lehnen wir das Schiff warum ist das aber auch immer so dunkel so Colli deine Aufgabe ist gleich die Segel in den Wind zu setzen oh Gott wie geht das denn an den Rädchen an der Seite hier wo ich jetzt stehe hier die Dinger Regelwinkel einstellen steht da ok einfach drücken oder du drückst es auf und dann kannst du sie umstellen auf die Hintergrund da waren da waren Felsen vor uns oder haben wir schon süd da ist ein Felsen du fährst auf den Fels halbwegs ja ja keine Sorge habe ich schon gesehen da war ich gerade aus und danach wo ist das passiert was ist das passiert Chicken Chicken Hissle es gibt Chicken ich seh nix mehr nach links nach links nach links nach links nach links nach links ja ich mache gerade da bunkelt was da bunkelt was ja dann ziehe dem Anker dann ist da ne Pulle Mississippi lola weil das ganz vorne kannst du ruhig nach ganz unten machen da sehe ich genug das versperrt mir die sicht Richtung süden fahren wir da war schön vorne links ist glaube ich die insel links guck auf den kompass die mir die kompass bei lund landratte leuchtet eine insel das ist die dann oder leuchten sind meistens leuchtende insel sind meistens immer die outposts wo wir abgeben können jetzt geradeaus juck juck dabei gerade war so schön und sturm hier ist ein sturm das ist doch gar kein sturm ist doch noch voll voll easy alles sturm kommt dann habt ihr genug zu tun das sieht ja geil aus ich gehe in die kajoute und verstecken bis der sturm zu ende lila grün ja was die lagen auch so nur nach oben gucken mega geil mich interessiert was das schiff ist da fahren wir gleich mal hin zu der schiffsholke was das ist aber erst wenn wir abgegeben haben gespannt ja das interessiert mich jetzt mehr die schiffsholke die leuchtet ja wie wieder toten schädeln wenn wir etwas nah dran sind also noch so einen guten paar kilometer entfernt sind macht man die segel ein bisschen hoch also das vorderste könntet ihr schon mal hoch machen dass wir nicht so viel fahrt haben fahren wir ganz langsam an die insel wand kann ich das denn hoch machen jetzt sind wir schon zu nah dran jetzt könnt ihr den anker reinknallen dennoch passend das sind drei leute wir haben drei sachen den leuchtenden hier folgen um gott ich hätte man eine leiter auf drücke du x bei der leiter nein ob ich sie abgeben tue und alles geschneidert 950 was sieht da so geil aus wie viele hier bei mir wo es leuchtet ich sehe den jetzt ich weiß zu madame olivia es gibt denn der ganze geschädel 1350 haben wir richtig haben wir teure sachen gefunden sofort am anfang das ist doch schön weil ich über 2000 gemacht was soll hat mich aber einen guten riecher gehalten ein schädel haben wir ja noch sind schon hier mit er hat 150 gegeben dann müssen wir jetzt noch da dann macht schon mal den anker kannst du schon mal langsam hoch machen drauf kannst ich sehe gerade ein jäger der verdorbenen schädel ich sehe das schiff nicht mehr wo ist das doch das vordere das vordere könnte immer ganz runter schmeißen nur das was nur das was bei mir ist nicht jetzt ich weiß es nicht also ich kenne den dass das das ding auch noch nicht ich habe mit dem megalodon gespielt und danach war das nur mit dem thron und dann habe ich aufgehört ich habe das spiel nicht mehr angepasst mit dem thron hast du ja auch mitgemacht wie man in sein equip siehst danach kamen ja kamen ja skelette mit bombenkisten wo sie rumgelatscht sind und boah das ist alles war noch haben wir menge noch dazwischen aber nicht gegen den felsen so wir können ja mucke machen oh es gibt eine neue mucke oh und fährt das schiff so weit nach rechts was soll das so wurde ohne acht nach links irgendwie tausende segel gesehen ach du scheiße komisch warum leuchten die komisch ich weiß nicht wir haben nichts bei uns also können wir einmal dann vorbeifahren das ist bestimmt ein event zum zum abballern oder so die kreuzfahrtschiffe ich glaube die machen uns fertig ich glaube die bomben sich an oder greifen sich doch an weiß ich nicht so ein spieler kann das nicht sein der so leuchtet oder oder sind das legendäre die auch leuchten können ich weiß es nicht aber kann man die recht so beschmücken das wäre krass guck mal der leuchtet unten blau und grün ne ich glaube nicht ich glaube das ist ein event oder sowas meinst du man kann die schiffe beklauen das ist das wie gesagt wie der toten schädel glaube ich kann man die schiffe beklauen hängt davon ab ja du kannst es glaube ich versenken beklauen wenn er drauf kommst und dies wenn das skelette oder was du auch sind dich nicht töten dann weiß nicht was da drauf ist und dann soll ja auch es soll ja auch ein schiff geben was naja wie aus flucht der karibik mal eben aus der meertiefe kommt und nach oben kommt und ich kann ballert bleib machen echt egal sowas sollte es auch geben weiß ich mehr ob es das noch gibt oder nicht weiß ich jetzt nicht ja das ist zwei stück davon ey und dann hat er die segel sind voll zerfetzt das sind geister schiffe ja das sind definitiv skeletten schiffe bestimmt dann macht man schon mal die karte geister schiffe wäre ja noch übel ja ich komm runter falls sie gleich schießen ne ja sollten wir mal alle nachladen ja macht erstmal die rechten weil ich fahr rechts also mit der rechten seite werde ich dran vorbeifahren ich bin gar nicht geladen werden dann muss ich kugeln wenn du keine kugeln hast du schlag um ach du scheiße ähm hier gibt es irgendwo fässer mit kugeln wende wieder zurück mama colli kann auf jeden fall nicht schießen das ist nicht gut sie hat keine kugeln immer nach unten suche fässer wo kugeln sind hast du ne kugel ich bleibe unten wo sind sie gleich wieder ein oh gottes willen ich fahr nach rechts links da ist nämlich genau irgendwo eins vor uns oh gott oh gott jetzt gehts los jetzt gehts los jetzt gehts los was macht ihr da oben fliegt da schön oh mein gott sind die geil aus geh nach unten geh jetzt flicken wir sinken die haben uns getroffen was scheiße ich muss flicken wo denn oh oh wo ist holz sind auch in so fässern drin oh war auf ich hab mich mal erwischt warum ist hier alles lila wir haben uns irgendwie vergiftet oder keine ahnung gifting reingeballert wo hast du denn das her ich bin genau hinter ihn oh gott ich nehm einen eimer und stöpfe das wasser raus oh gott ich hab ihn gleich jetzt gib ihn gib ihn wasser raus oh mein gott wasser raus oh scheiße wir haben zu viel Fahrt wir haben zu viel Fahrt ähm ähm oh gott mach mal ein äh das vorderste Segel hoch wir sind zu schnell ah jetzt knallen die an uns wieder vorbei mhm weil die sind genau vor den so ein bisschen also ein bisschen kannst du es hoch machen wir sind jetzt genau neben ihn haben wir noch Probleme er ist... ist geil sie lenken weg ich muss ein denken wir kriegen dich oder wir sind zu weit kann ich kann nicht zielen ich kann ja ich versuch es gerade wieder einig schweine ja er sollen sie sollen machen wir das vorerstes regel hoch kriegen sie sonst nicht eingelenkt das sind da jetzt auch ein bisschen hoch gemacht gottes wenig komme also jetzt hingekriegt um siegen die nicht so oft getroffen das dauert bei den so steht da vorne sind ich hoffe was sind die auch dass das von der musik her ist es so nach prozenten ich habe mindestens 20 kugeln mit denen auf die getroffen ja überlegt dass das ist das ist das ist ja läuft irgendwo was da noch rein ja dann macht es zu auch immer wieder so ein link alter what the fuck ich bin mir gerade wo ist auch ja dreh dich junge dreh dich komm ich hin dahin ich bin ich bin verflucht ich komme nicht hoch ich bin hier bäm alter wichser irgendwo bist du ja hier komm hier überlebt das hier jetzt ist ja noch eine grüne das weiß ich gerade nicht mehr wo das holz ist was hier alles voll wasser ist ausrüstung ey wenn die uns rammen oh dann äh oh oh nein 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 ich hab schon wieder zehn kugeln gegen ihn knallt heute kann mir einer sagen wo hier holz ist wir sind gerade am untersehen können ja echt jetzt nein 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 munitionskisse falsch hier habe ich zugemacht kann das sein was sie setzt sehr nah an hier dran sind oh ja schieß mal ein paar mal noch ich habe keine kugeln mehr so äh adam möchtest du vielleicht bei denen ans schiff rangehen ich darf es genau neben ihnen wir sind jetzt sehr nah neben ihnen oh gott oh gott oh gott what the fuck wollen die nicht abschießen ja du könntest du schon mal mit dem stritsch ja jetzt ist aber zu weit weg leider ja ich lenke gerade einen oh der ist so gelenkig die sind so gelenkig die dinger alter wenn die damit fahren ich darf es ach du scheiße ach du scheiße oh fuck an wo ist denn die scheiß kiste mit dem brettern Das kann doch nicht sein. Wo sind hier Löcher? Alter! Wir haben bald kein Holz mehr. Ist das vielleicht der Sinne Sache, dass wir auf deren Schiff kommen? Ich glaube auch, du musst die alle töten. Ich fahr nochmal. Alter, das andere Schiff kommt auch. Jetzt müssen wir gucken, dass wir so... Oh nein, oh nein, oh nein. Das gibt's nicht, ich bin rausgeflogen. Ja. Du? Mach doch das zu, endlich. Jetzt reichst, jetzt geh ich an die Rand. Komm ich rüber? Yes, ich bin drüben. Mach irgendwas. Weil wir werden untergehen, wir haben kein Holz mehr. Lass den Anker fallen. Anker? Alter, lasst mich hier durch! Au, au, au! Wir haben keinen Anker! Wo ist denn... Ich bin tot. Kann sein, ich weiß es nicht, ich bin tot. Wir hatten Schottis und alles. Alter, gar keine Chance gehabt. Adi ist vom Schiff gefallen und ich bin, äh, auf den ihr Schiff gewesen. Dann haben sie mich wieder niedergeballert. Oh nein, ich hab keine Muni mehr. Nein. Fuck, bin tot. Mist. Aber die sind doch am sinken, oder habe ich das jetzt falsch gesehen? Ich weiß nicht. Kommt sie denn wieder? Kann ich mal gucken, dass das... Ja, ich komm wieder. Hast du den Anker fallen lassen? Ich hab keinen gefunden. Ich hab keinen Anker gefunden. Ich hab keinen Anker gefunden. Ich meinte, meinte Colli eigentlich. Wie sollst du den Anker... Haha. So, nö, hab ich nicht. Ja, ich bin jetzt... Ich bin jetzt... Ich muss die Ballern nicht auf dem Schiff. Komm auf uns, ich komme... Nein, nein, nein! Ja, mach doch die Tür ab, Junge. Ja, mach doch die Tür ab, Junge. Ja, ich sehe gerade hier. Ich muss die Löcher zumachen, ich muss die Löcher zumachen. Warte mal. Oh, da ist nächstes Loch. Oh Gott. Ist ja wieder vergeftet. Wir benötigen Holz. Scheiße. Kein Holz mehr. Holzfass öffnen? Wie öffne ich das Holzfass? X öffnen. Na, wie tue ich das denn rein noch? Na das. Oh, scheiße. Nehmen? Nein. Na dann. Ich glaube, ich habe ein paar gelagert. Ja, ne, ist klar. Jetzt alle beide, ey. Leg mich doch mal an. Was sind denn alle beide? Ich sehe nur eins. Das andere ist... Boah. Segel hoch wieder. Haben wir einen gesenkt? Ne. Was? Haben wir echt einen versenkt? Sinken! Alle beide! Gesinken! Geil! Oh, jetzt müssen wir... Ganz schnell. Drehen, drehen, drehen. Segel... Segel ein bisschen höher. Welche? Krieg's nicht gedreht sonst. Ne, lass so. Reicht so. Müsste jetzt halt nicht gut gehen. Ja, wir haben eine Freude! Ey, Mann! Wo sind die Schiffe? Ja! Wir haben eigentlich geschafft, echt! Quatsch! Ehm, mach mal Segel vorne hoch. Ey, das ist ein kleines Schiff, aufpassen. Das ist ein Gegner. Der wartet die ganze Zeit. Okay, der ist bei den Dings da, bei den Vögeln. Ich glaube, der will uns in Ruhe lassen. Na, warum? Haben wir das jetzt... Das ist ein Event geschafft, oder was? Wo sind denn die Schiffe? Oh Gott, vielleicht kommt doch so ein Fieder raus. Immer noch... Immer noch Kriegsmucke. Boah, sie kommen wieder. Beim kleinen Schiff sind sie rausgekommen. Ach du Scheiße. Ach, dann sind die untergegangen und dann wieder hoch. Oh mein Gott, es kommt da hier! Oh mein Gott! Oh mein Gott! What the fuck! Geil, Alter. Das sind bestimmt diese Schiffe, was du meinst! Ach du Scheiße. Ey, aber wir haben einen versenkt, sonst hätten wir den Erfolg noch nicht gekriegt. Wir haben einen Erfolg gekriegt? Nichts gekriegt. Ich hab einen... Ja, weil du schon mehrere versenkt hast. Oh mein Gott. Ich hab noch gar keins von denen versenkt. Ich klettere an die Kanone und das... Ah, okay. Nein! Fuck. Fuck. Voll... Gegengeschempern. Wo krieg ich... Komm ich noch draufgeklettert? Lass mich draufklettern auf das scheiß kaputte Kackschiff! Leiter! Da war sie! Mist. Heute waren vorbei. Weiße. Unser Schiff? Wo ist unser Schiff? Warum darf man denn keine Schätze von denen nehmen? Die waren definitiv noch nicht untergegangen, glaube ich. Die haben sich nach unten verpisst. Na, wie segeln sie denn jetzt? Komm ich ran? Nein, die sind nicht gesungen können. Da war man doch. Da war man doch. Ey, wie sehr sehr langsam gerade das ist. Ich brauch Holz. Ich brauch Holz. Ich brauch Holz. Ich hab ein bisschen Holz gelagert. Ja. Ey, du blöde Schiff. Hör auf, da so komisch vor mir abzuhauen. Was macht das Loch zu? Die ballern jetzt auf das kleine oder was? Echt jetzt? Das arme, kleines Schiff. Aber irgendwo noch ein Loch? Schau, das rändet doch unten. 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 Hör auf. Nein, jetzt mach mal langsam Fahrt. Ich bin gleich da beim Schiff. Wenn sie jetzt schon langsam weiter fahren, dann kriege ich sie noch. Scheiße, wir wurden getroffen. Schon. Schwimmen. Schwimm, mein Privat. Schwimmen. Nein, jetzt kriegen sie wieder Fahrt drauf. Nein. Ich hab sie fast gehabt. Was ist du denn? Shit. Bist du da, wo das kleine Schiff ist? Oh, ein Hai hinter mir. Wow, ich bin jetzt über ein Hai gehört. Ey, ich komm zu, ich geh zur Meerjungfrau und lass mich zu euch bringen ganz schnell. Oh, bevor der Hai mich erwischt. Katja, 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 Katja. Meerjungfrau. Meerjungfrau, Meerjungfrau. Ey, wir dürfen das hier nicht mal zerstören. Ey, wir haben da noch drei Planken zu machen. Was ist das? Was ist denn da? Das? Das blaue? Das ist die Meerjungfrau. Was ist denn? Das ist die Meerjungfrau. Wo? Das ist, ist auch gut. Kisten, äh. Da kann Munitionen an. Das kann sein. Scheiße, die schießen auf uns immer noch. Ach, Fässer. Guck mal, denn. Kiste. Da passt das mit. Irgendwas ist hier. Kronenkugeln. 20 Stück. Ja, voll. Oh mein Gott, der kam durchs. Nein. Warte. Nur Bretter. Ich hab mich erst erschrocken. Ich dachte, der rammt uns. Der hat uns gerammt. Der hat uns gerammt. Echt? Wo ist er denn jetzt, die Sau? Ich will aufs Schiff drauf, verdammt nochmal. Ich will nochmal gucken. Ja, ja. Vorher nehm ich aber ne Schrotflinte mit. Was denn der Wässer? Ja, Autsch. Ich wollte nicht. Aber warum ist es so dunkel? Äh. Da ist sie wohl jetzt. Arsenal, da ist es ja. Wo ist denn meine Shuttle? Da. Kommt die Rinder weg. Brrrr. Bretter. Sind die jetzt abgetaucht? Sind die jetzt abgetaucht? Auf jeden Fall. Sind die weg? Sind die da hinten? Ne, da hinten sind sie. Da hinten sind sie. Oh mein Gott. Ah. Aramis. Wie ist die Kanonenkugeln? Wieso weiß ich nicht? Aber da ist noch eine Kiste. Die hauen ab beide. Äh. Mhhh. Wollten wir nicht da bleiben. Oh. Die Kanonenkugeln. Ah, ist schon mal sehr gut. Wie gesagt. Kanonenkugeln. Oh ne Katastrophe. Ja dann. Da haben wir die einmal zum sinken gebracht. Dann kommen sie so, als ob nichts gewesen wäre. Anker hoch. Dann Segelwind da her. Dann geh ich aufs Schiff. Dann geh ich mal unter Deck. Mal gucken was wir haben. Wenn ich da runter komme heißt es. Hey irgendwie. Irgendwie winkt das nix sie abzuknallen. Oder? Nicht wirklich. Wir haben mindestens 30 Kanonen auf die geknattert ey. Und wir ungefähr 80% haben wir getroffen ey. Wo ist eigentlich das kleine Schiff? Das haben sie definitiv versenkt. Oh vordere Segel runter. Genau. Aber keiner greift die an. Keine anderen Leute die das angreifen. Hm. Ne ist ja aber doch. Keine Ahnung sind. Das ist relativ leer irgendwie auch. Das kleine Schiff ist noch da. Wir könnten ihnen helfen. Wir könnten ihnen helfen. Wir brauchen sehr helfen. Ich glaube die fahren voll auf uns zu. Ja die kommen auf uns zu. Alter mit Wasser in der Wucht. Scheiße. Aber wie schnell diese Scheiße. Scheiße. Oh nein. Boah. Ramse Kiff. Ramse. 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 Schade. Ne kriege ich nicht hin zu schnell. Da ist ein. Da ist ein. Da ist ein König drauf. Oder Dings. Ich weiß nicht. Der ist orange. Dark. Ja. Hab ich gesehen. Dark Souls irgendwas. Den müssen wir bestimmt töten. Dass es ein scheiß Ende gibt. Ja. Stimmt. Ja ich versuche ihn zu treffen. Der ist da oben ne. Ja ja der. Da da da. Ja ich seh ihn. Du hast ihn aber getroffen. Boah. Nein 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 nein. Willst du da springen? An die Leiter? Keine Muni. Da ist er. Da oben ist er. Ok bei uns komm. Ich hab keine Muni mehr. Na kann man rein springen. Da war ein Loch. Ich bin unten. Ja ich komme. Schaluppe pass auf. Ne ich mach das schon. Oh Schaluppe. Alter. Schaluppe weg. und jetzt hinter uns hat uns gleich krieg nur ausgewichen war hat das von ihm kam er angebrennt hat auf dem kippen geschossen hat es recht es ist gleich schon der hat uns mal übel zur sorte erwischt ganz vorne genau rammt euch gegenseitig und nein ja bitte nicht mehr wieder wo bist du hinter uns auch noch doch tatsächlich gut hat sich wieder nicht gut gehört das war uns überall sind sie ich will aber nicht sagen wir haben keine weiter mehr wir kommen auch gar nicht weg das hinter uns das schiebt uns so an und wenn man eben nicht drauf hätte ich bin schon wieder vom schiff gefahren drauf springen wollte aufs andere schiff ich kann nicht bist du also ich kann das noch nicht zu machen viele sind denn hier ich habe schon mindestens zehn stück getötet ein boss da drauf ich kann nicht so brauche ich ja sind die ganze zeit hier aber wenn das schiff jetzt sowieso untergeht da fahre ich volle kannte drauf und spring mal drauf und gucke mal ich kann nichts dazu machen es läuft 123 dann machen wir den eimer so lange bis ich das irgendwie aufs schiff kommt über den drei löcher wie soll ich das schaffen ich komme nicht bei dem drauf was soll das keiner will die bretter noch bei sich was soll das ist es wieder nach unten gesunken das schiff ich habe keine bretter mehr hinten ist das andere ist noch auf dem schiff bei denen halte ich mal versteckt also war über die städter schiff gerade ich bin die ganze zeit kämpfen ohne ende wie sieht unser schiff aus über wasser ich muss gucken dass eine schiff hat sich nämlich wieder verzogen seit hier bei mir steht das wird ja wer will ich versuche gerade über mir bringen ganz schnell gerade wasser die ganze schiff hat sich nämlich als ich drauf schwimmen wollte hat es sich wieder unter wasser verzogen das müssen wir wenn du noch das schiff hast du das machen das andere ist weg ich glaube die können nicht sinken weil weil ich auf dem schiff drin habe mich jetzt versteckt das ist nicht schlimm gegenwärtig bei denen drauf und wenn wir da nichts schaffen dann sinkt unser schiff und dann können wir zu melden frau und mit der sparen wir irgendwo wieder das bauen wir irgendwo wieder wenn es eine billigkitzel ist das eh egal ja hätte die bretter hätte man das ja retten können wer ballert denn hier ich hab leider keine bretter mehr oh fuck das ist klar was seid ihr nein wir ballern nicht nein die schießen auf niemanden es kann sein dass so wie das sind wir haben ja schon oh mein gott wir sehen uns aufgetaucht ja herrlich da ist es wieder nein ok ich bin aus auf dem schiff gefallen ich hab eine truhe oh mein der sinkt er sinkt also du das sind so fester das sind so fester auf wasser das sind so bretter drin oh ich bin da ja gut dann schnell hier weg schau mal eben nach den sinks wir hauen hier ab ja ich schaufel weiter den sinkt das kann ich jetzt habe ich gehen wir hier weg gehen wir hier weg siehsel oh nein müssen das ganze chip einmal drehen die scheiß gegenwind müssen wir ganz schnell irgendwo hin wo wir in sicherheit sind so die tour wie wir geklickt haben das ist so eine wirklich das aus jetzt haben wir ein bisschen rückenwind so ja genau da versuche ich jetzt irgendwie in außenposten leicht zu erreichen wir müssen richtung nordosten und nach nordosten was gemacht gegen die aber das glaube ich singt gar nichts wir müssen einfach auf dem schiff von den scheiß bock töten ich wusste erst mal gar nicht dass sie ein boss haben wo ich dann auch mal so langsame gesehen haben ja ich wusste es auch noch ich weiß die ganze zeit Wasser gegen unser fahrer es geht nicht an das ist die am schnellsten raus du musst das immer ans wasser machen weil sonst fühlst du das immer wieder auf und nein wir müssen nur offen leider ost nordosten nordosten fahr das mit dem wasser kriegen wir hin ja also ein bisschen steigen sonst wenn ich die ganze zeit hin und her laufen lass es ein bisschen jetzt nehme ich eine kelle steigen zum außenposten wo wir angefangen haben ja wie viele das das schlimme ist ich bin ja auf dem schiff gewesen natürlich die alle alle die oben waren habe ich alle umgebracht ach du scheiß warum sind das zwei schiffe sind das die ich glaube wie ist es ja ja wir standen genau wie der aussieht zu das ist der mist ja wir müssen nur gegen das gotti kommen gotti ist was da gotti kommen mein gott die löcher geht nicht mal löcher ja wenn wir sinken kriegen wir ein neues schiff der geht sowieso sinken wenn wir das ding weg bringen die ruhe ach nicht unbedingt also adi könnte daran vorbeifahren adi springt vom schiff bringt die truhe weg holt äh bretter wenn da welche sind kann er mit meldung probier kann auch alles schicken nein wundern sie dann spawnen wir vielleicht am arsch der welt oh gott es kommt direkt auf uns zu aber wie schnell die sind ne oh mein gott sieht mega geil aus da muss näher ran dann können sie nicht schießen das ist das gute wenn wir nah genug sind schießen die nicht die schweine da oben ist er da wird nicht immer ramm du blöds ding muss man halt aufgehen am ende du blöds ich glaube wieder wir haben doch hier ne kiste dann können wir nicht weiter neiiiin ach du eigentlich ich hab doch x gedrückt hast du schon wieder egal wie ich mach ja dark soul coal dark soul coal dark soul coal also ich schieße ihn die ganze zeit an mit seiner scheiß kajute geht er gar nicht rein das läuft hey jungfrau bist du ja wenn du bei der kajute bist bei ihm unten musst du einmal so rum gehen auf seinen balkon oder so da gehen die gar nicht hin oh die haben lauter wasser unten drin und lauter truhen unten bei russland war aber ich bin gestorben ich bin auch gerade am sterben ok wo seid ihr denn oh man ich schaff das wir sinken keine munition leider mehr gehabt gar nicht wir werden sinken ja es sind auch solche events also die sollte man nicht alleine machen also mit nur einem schiff da sollte man immer mehr schiffen da sollte man immer mehr schiffen wir sinken aber nicht schlimm lass das sinken ich bin musik während wir sinken was ist die musik ich komme nicht mal hoch wie kann man denn hier hoch ey ich habe einen erfolg bekommen der quinnity da haben wir echt addi killer volksfleisch ey man wo ist dein schiff wo ist dein schiff ach soo ja weil wir die blatt gemacht haben ja das stimmt das erste mal was versenkt soo ich denke mal man muss halt wir haben nichts dafür bekommen dass wir ihn versenkt haben ja bestimmt den boss den boss nachher weil auf einmal war ein boss ja da bestimmt den töten dann wenn sie wieder kommen ja kann sein erst mal ein paar mal versenken dann kommt der boss und dann den boss töten ach hier ist unser schiff wo seid ihr eigentlich mein schiff äh ein paar sachen hier aufsammeln ich liege hier drin wie komme ich denn zu euer schiff muss ich sterben oder eine mehrenfrau wo ist hier eine mehrenfrau wenn ein wasser wenn so ein blauer fallen hoch kommt ist da eine mehrenfrau da kannst du ja hingehen äh hinschwimmen ja wo ich bin wo ich bin wo ich bin wo bist du denn ich hab dich doch gerade gesehen da bist du selig ich will mich schneller linken so da wollen wir mal schatz suchen ne 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 wenn wir wenigstens mal sinnvoll damit wenigstens mal tun war aufregend ein riesen scheiß boss töten kann ich hier etwas drücken es war auf jeden fall geil ja wie die schiffe genau hinter uns oder neben uns raus kamen aus dem wasser das war geil das sah schön aus und schweinchen das war das wort man immer in die kiste alles einsammeln ist mit kanonenkugeln nur kanonenkugeln hatten wir noch genug bei uns ne 10, 20, 30, 40, 45 stück so 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 ganz schwarzes ein brett wir hätten das inventabelsten größer machen können dieses fünf blätter nur und fünf bananen nur soll es man soll immer sammeln 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 und dann war das ganze schiff am besten voll machen haben wir jetzt nicht wirklich getan wir müssen nach noch markiert von mir hier ist sogar ein schiff das gerne krieg haben will od ob es noch markiert ist ich glaube nicht gut die reine insel habe ich jetzt aber wieder gefunden sofort hier ist auch in der nähe sein warum siehst du so mächtig aus siehst du aus wie ein skelett er sieht ich hab man es wird immer wissen skelett Thronmeister wie Thronmeister und hier warum bist du ein skelett oh Gott ich bin ganz normal bei mir wie sehen wir eigentlich immer das sieht ja auch normal aus du bist ein skelett warum was hast du gemeint auf dem Schiff wenn man da stehen nein nicht weg gehen zu mir so screenshot gemacht ja es dauert ja hab ich geschickt wo das verflucht war ich weiß nicht man sieht man hat ja hier keine anzeige jetzt einfach so zum schiff ohne dass sie sich angreifen ja ich glaube nicht das habe ich jetzt beide markiert was ich sind ich wusste es dass wir am Arsch der Welt sind na gut so tröstlich wieder östlich war dann schmeißt die flangen runter die ist die segel auf die segeln pissen nein jetzt die segel nicht bis die segel ne ne fast oh mein Gott jetzt steht er im skelett ich glaube es nicht ich verstehe er ist bestimmt verflucht worden hast du den den typ angefasst vielleicht den kämpfen oder so ich habe ihn ein paar mal angeschossen in den wind rein machen der ist so klein also おお oh das ist so klein ja das ist so klein ja 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 Oh je, ist ja geil. Also dein Abnehmprogramm hat geholfen. Ja. Du hast keinen Fett mehr an dir. Laika wird sie freuen, ganz ruhig. Oh, scheiße. Ja, was? Da fahr ich noch richtig, guck mal Karte. Ja, der ist noch richtig. Die Beine, ich taue nebeneinander, das ist super. Was ist denn, wenn ich tanze hier? Das sieht so geil aus. Unglaublich. Ach, weißt du wer ich bin? Ich bin Skeletor! Links ist so'n kleines Schiff. Äh, pass mal auf, ich geh mal aimt auf Toilette. Pass mal auf, dass wir nirgends dagegen fahren. Und noch richtig fahren, ne? Da dauert ja noch eine halbe Stunde. Links ist so'n kleines Schiff. Aber ich glaub, es geht weg von der... ... Da dauert es. Da ist mir egal, was ihr seid. Da ist mir egal. Du schiffst. Vielen Dank.